Die Experten der Air Construction GmbH bieten Lüftungsindustrie und Klimatechnik aus einer Hand. Der Vorzeigebetrieb in Walldorf vereint Innovation, Dynamik und Transparenz und überzeugt mit einem erfahrenen Team aus Projektleitern, Servicetechnikern und Monteuren, die jedes Vorhaben fachgerecht umsetzen. Von der ausführlichen Beratung über die Ausführung bis hin zur Übergabe der klima- und lüftungstechnischen Anlagen. Hier werden sie stets bestens betreut. Die Leistungen werden sowohl bei der Planung von Industrieanlagen und anderen Neubauten als auch bei Gebäudesanierungen erbracht. Der 24-Stunden-Klimaanlagen-Service für Wartungen und Reparaturen rundet das Leistungsspektrum perfekt ab. Dank umfangreichem Know-how und regelmäßigen Fortbildungen findet das Team stets maßgeschneiderte Lösungen für Privatkunden und Unternehmen. Air Construction GmbH – Ihre Profis für ein neues Wohlfühlklima.